Das sind die tollsten Fails auf der ganzen Welt, ein Like ist gleich ein Mitleid für die Leute. Ich weiß, so eine Küchenplatte kann natürlich mega, mega schwer sein, aber man muss natürlich auch schon mit ganz vielen Leuten rangehen und er lässt die einfach, alter, auf das Ding rauffallen und boah, ey, das kannst du halt nicht dem, äh, dem Hausdutzes erzählen. Auch hier so eine Riesentorte, man sieht schon, nein, oh mein Gott, ey, ey, das tut schon so weh grad, Freunde. Ey, das ist echt, nein, du kannst doch nicht mit dem Handy einfach so rausfilmen, ne? Ist doch draußen, ist doch voll viel Wind und so, mit einer, ja, also wirklich, ne? Was hat er sich denn dabei auch gedacht, dass er mit einer Hand das Handy raushält? Also, mein ich mal, haben die Leute einfach viel zu viel, was ist denn, yo, die ganze Hauswand ist eingebrochen, yo, und der ganze Keller war unter Wasser und jetzt ist alles komplett, seht ihr das, Freunde, er hat grad sein Auto kaputt gemacht und jetzt, guck mal hier, wie der jetzt rumdüst mit seinem, äh, Truck, aber irgendwie sieht das jetzt grad nicht so heil aus, Alter, fliegt der Motor einfach weg, ne? Hä, was soll denn jetzt grad da los, Freunde, das sah ja unnormal aus und, ja, man kann sehen, der ganze Motor ist weg, so, jetzt komm, hier, vorsichtig, VA und er fällt runter, er fällt runter, bam, was denkt ihr denn, wo der hinspringt, Leute, und er springt einfach so bis zum, geht nicht mehr irgendwo hin und hier, der teuerste Kühlschrank, den man sich vorstellen kann, fällt einfach die Treppe runter, oh mein Gott, das ist doch so belastend, guck mal, die tun die, äh, Leute einfach leid, ne? Oh, oh, nein, nein, das ganze Regal, das ganze Regal kippt um, nein, nein, das linke Regal auch noch, Leute, mit den ganzen PS4 und Xboxen da oben drauf, komm jetzt hier, ein bisschen heiraten und so, aber anscheinend soll der Kameramann irgendwas gemacht haben und zwar, oh, oh nein, das schöne Kamera-Equipment, oh, das tut so weh, Leute, das ist alles so teuer und das könnt ihr euch nicht vorstellen, wir kommen schon ein bisschen, bohlen jetzt hier, nichts dabei, ne? Yo, was? 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 Ey, das habe ich auch noch nie gesehen, ich habe schon viele Bowling-Clips gesehen, aber nicht so was, ne? Ey, nein, oh mein Gott, das Flugzeug, ey, was? Und jetzt hängt es einfach unter der Brücke fest, das war einfach zu hoch, ne? Ey, als ob, als haben die es nicht mitberechnet, oh nein, 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 die komplette Wand, oh nein, das war doch so schön gedeckt und jetzt ist das alles umsonst gerade gewesen, ne? Ey, der Arme und jetzt, bam! Die Kamera kaputt, die Kamera kaputt, Leute, ich glaube es ja nicht, einfach ein Baseball in die Kamera reingeflogen. So, hier ist ein schöner Ring, muss ich sagen, sie sieht anscheinend auch nicht so, sieht eigentlich ganz gut aus, von der Größe kann man sehen, oh, ähm, da ist wohl gerade der Ring leider ein bisschen kaputt gegangen, ne? Der jetzt irgendwie 300 Dollar da gekosten sollte, guck mal hier, ein Heiratsantrag, oh mein Gott. Und der hat den, er hat den Ring fallen lassen, ey, er hat den Ring fallen lassen, alter, oh mein Gott, ist das belastend. Oh, oh, nein, der Kofferraum geht auf, in der Waschanlage, oh nein, der wird doch locker, oh mein Gott, der reißt den kompletten Kofferraum ab, alter, oh mein Gott. Ey, was sind das für krasse, teure Fails, und Leute, oh, mein Gott, was? Was passiert, ihr Freunde? Das erste iPhone, was er kaufen konnte, guck mal, seht ihr, das ist das allererste iPhone, Leute, was er quasi in der Reihe bekommt, und es fällt einfach runter. Oha, da gehen natürlich ganz, ganz viele Kameras jetzt auf ihn rauf, ey, was sind das für krasse Fails gerade, ne? Oh, oh, nein, das ist anscheinend so ein Riesentopf, Leute, kriegen die das da rauf? Ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, das rollt dann nach vorne, ihr Idioten, das rollt dann nach vorne, was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Bam, zerbrochen, die Riesenvase, ey, was? Oh, was? Was, die ganzen Weinflaschen, die ganzen, oh mein Gott. Oh, 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 oh mein, nein. Er denkt sich auch so, verdammte Axt, und jetzt hier, hallo, die Tür, die Tür, die Tür, oh, was, ey, wie kann man das denn nicht merken, dass die Autotür offen ist, ne? Warum fährt man damit einfach rum? Oh, oh, und was passiert da? Was ist da gerade passiert? Oh, nein, er hat eine Wasserleitung getroffen. Er hat eine Wasserleitung getroffen. Er hat eine Wasserleitung reingebohrt, das ist jetzt gar nicht cool, Leute. Das ist jetzt gar nicht cool, ey, ohne Spaß, wenn das passiert, das ist einfach richtig belastend. So, guck mal jetzt hier, kriegen sie jetzt hier diese schöne, große Fensterscheibe. Oha, einfach runtergefallen. Ey, was passiert hier in diesem Video, Leute? Das wird auf jeden Fall noch richtig heftig, ne? Hier so ein schönes Lego-Motorrad, ne? Das darf man nicht anfassen. Und es ist komplett, komplett zerbrochen, Leute. Alter, der da hinten, der das gemacht hat, der denkt sich so, was hast du gerade gemacht, Alter? Hallo, hallo, die Handbremse, mach doch mal die Handbremse. Oh, nein, ey, Alter, das musst du jetzt natürlich erst mal jemanden erklären, ne? Jetzt, guck mal hier, das haben wir jetzt gerade anscheinend richtig heftiger Hagel und da gehen natürlich die ganzen Autos kaputt, ne? Alle Autos, es gab sogar heftigen Hagel vor kurzem erst in Deutschland, wo halt auch viele Autos kaputt gegangen sind, aber wenn so ein riesen Hagelstück auf dein Auto fallen, ja, viel Spaß, Alter. Das ganze Ding eingedeltet ist. Hier, guck mal, nein, das Boot wieder locker umkippen. Das Boot wieder umkippen, oder? Oh, nein, sie haben nur Glück gehabt, aber es ist einfach oben abgerissen, das Ding. Ey, sie sind fast vom Boot gefallen. Es ist jetzt locker. Oh, oh, nein. Und er, was? Er probiert es noch durch, Alter. Äh, äh, das war eine, das war eine, oh, Gott, das ist alles, Leute, das ist alles, ah, ah. Das war gerade alles, äh, ist ja ekelhaft, muss man schon so gestunken haben. Nein, die ganzen Gläser, die ganzen Gläser, Domino-Effekt fallen einfach alle um. Ey, was? Und dann auch so eine Musik dazu, so eine traurige Titanic-Musik. So, jetzt sind die ja anscheinend in der U-Bahn. Das kann hier schon groß passieren. Was ist denn hier normales? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, was war das gerade? Was war, warum ist das da gerade extra heftig explodiert? Was war das bitte schon gerade? Und, oh, nein, guck mal, rechts zu dem Typen. Und zwar wirft er, er wirft in den Fernseher rein. Er wirft in den Fernseher rein. Wie kann man einen Bowlingball so spät loslassen? Und nein, die ganze Tomatensoße, Freunde. Oh, die ganze Tomatensoße. Er denkt sich halt so, nee, nee, ich hab keinen Bock. Ich kündige. Boot an Boot. Boot an Boot. Oh, ey, was, Alter? Das muss der, oh Gott, ey, richtig doller Schaden. Das ist hier gerade ein Boot, ne? Ey, guck mal jetzt hier. Die haben sich den neuen 4K-Fernseher gekauft. Richtig teures Ding, Freunde. Bestimmt so 2000... Er haut mit dem Hammer rein. Er haut mit dem Hammer rein. Er hat ihn kaputt gemacht. Der kleine Sohn hat ihn kaputt gemacht. Ey, ich will nicht wissen, was... Ich will jetzt nicht in seinen Schuhen stecken, Leute. Ich will jetzt nicht in seinem Schuh stecken. Von diesem kleinen Kind aber. Der hat einfach den Fernseher kaputt gehämmert, ne? Okay, was haben wir jetzt hier am Start anscheinend? Oh, das ist ein Hund. Er läuft. Oh, nein. Er läuft über das ganze Feld. Was... Oh, nein, nochmal rüber. Oh, Gott, ey, ey. Die haben alle Gleis durch ihre Hände so nach oben gemacht, ne? Über das Zementfeld rüber. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Ja, und das waren, glaube ich, alles neue Sachen. Oh, Gott. Leute, guck mal, hier hat der ganze Pool. Der ganze Pool ist gebrochen, Alter. Yo. Und der ganze Garten ist überflutet. Es wird das locker alles in den Boden rein sacken. Dann wird das alles voller Matsch sein. Guck mal, jetzt hier auch. Anscheinend so eine Regenrinne gebrochen. Und was passiert bitte schon in seinem Garten? Was passiert in seinem Garten? Alter, als ob. Alter, die ganze Flut der Arme. Ey, das ist ja anscheinend die größte Dora-Figur, die man sich vorstellen kann. Aus Kuchen. Oh, mein Gott. Auch schon wieder so ein Ding wie bei dem Lego-Teil. Als ob, ey. Wir tun aber die Leute leid, die das halt gemacht haben. So, was ist jetzt... Oh, nein. Ganze Alkohol. Die ganzen Alkoholflaschen. Seht ihr das, wie die alles auf ihn rauffallen? Oh, wow, wow, wow. Das ist natürlich das Doofe. Wenn man nicht mit reinberechnet, wenn man sich so Schränke holt. Nein, das ganze... Das ganze Haus, ne? Das ganze Haus. Das ganze Haus. Das komplette... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das komplette Haus wurde umgekippt, ne? Und so viel Essen, Leute. So viel Essen. Ja, ja. Und jetzt kommt schon... Alles im Müll. Alles im Müll. Ey, da tut mir halt einfach auch nur der Chefkoch leid. Und die Leute... Oh, nein. Einfach alles im Müll gelandet. Das ganze Essen. Ey, was? Ey, das muss doch so belastend sein. Hier ist anscheinend irgendwie... Äh, Wasser oder so gebrochen. Oh, was? Was? Wie viel Wasser kam da gerade rausgespritzt? Lol. Der hat da so einen kleinen Eimer runtergebracht. Guckt euch das mal an. Was passiert hier? Das ganze Haus. Ey, was? Der ganze Teppich. Ey, nein. Der rennt da einfach rüber. Der rennt da einfach rüber. Die haben das gerade alles fertig. Weil der rennt einfach durch den Zimmer. Mann drüber. Ey, Freunde. Was passiert hier bitteschön? Und warum macht der das einfach? Der checkt das gar nicht, was da gerade passiert ist. Der sagt, der geht einfach durch Schnee durch. Jetzt hier anscheinend ein paar Chicken Wings. Nächstes ist eine Pizza, ne? Oh, stabile Pizza. Er nimmt aber... Und die ist runtergefallen. Ey, Leute. Und was? Was? Was der ganze Ofen kippt um? Hä? Und hier auch ein neuer Kühlschrank. Jetzt komm schon. Bitte transportiert den Kühlschrank einfach nur ganz entspannt vor das Haus. Dass er sich einen neuen Kühlschrank holen kann. Und nein. Oh, oh. Da fliegt das Gleichgewicht. Da fliegt das Gleichgewicht. Oh, nein. Oh, verdammte Axt. Denkt sich der eine. Er denkt sich der eine. Ei, ei, ei. Wir sind gefeuert. Wir sind gefeuert. Denkt er sich gerade. Ey, ohne Spaß. Und guck mal hier. So eine schöne Drohnenaufnahme. Was kann da bitte schon schief gehen bei so einer Drohnenaufnahme? Oh, der Vogel. Der Vogel. Yo, der Adler. Der Adler hat die Drohne zum Abstürzen gebracht. Und hier, guck mal. Hallo. Hallo. Hier ein Riesenteil, Alter. Ein Riesenteil. Oh, oh, oh. Alter, was? 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 Und es zerreißt. Es zerreißt. Es konnte nicht gebändigt werden. Es ist einfach, Leute. Es ist jetzt einfach komplett entleert mit der Luft. Ey, was macht der jetzt hier gerade mit der heftigsten, teuersten Geige der Welt, Leute? Er spielt auf dieser Geige wie ein junger Gott, ne? Wie ein junger Gott spielt auf dieser Geige und sie zerspringt. Sie zerspringt. Die Geige ist zersprungen. Die arme Geige, Alter. Die war so teuer, Freunde. Und das macht aber der weiter. Und die ist anscheinend... Ist die auch kaputt gegangen, ey? Er kommt mit der aber das ganze Ding zu Ende spielen. Er sagt, die funktioniert, ne? Die funktioniert, sagt er. Ey, wir sind hier im teuersten Uhrenladen der Welt. Und er hat irgendwas angefasst, was er nicht anfassen sollte. Ey, 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 ey. Hör drauf. Oh mein Gott. Ey, was haben die gerade gemacht? Die haben einfach die komplett teuerste Uhr kaputt gemacht, ne? Ey, wenn ich da wäre... Ey, was? Oh mein Gott. Okay, sind die jetzt anscheinend bei irgendeinem Mediamarkt? Was soll da schon groß passieren? Ey, da kommt irgendein Typ und hat mit dem Hammer alle Fernseher kaputt, ne? Was? Wer hat den bitte schon verletzt, Alter? Wer hat den Breh bitte verletzt? Und oh Gott. Das Auto ist noch drauf, während die Brücke nach oben geht, ne? Das ist die heftigste Handbremse, die ihr jemals seht. Und jetzt, Leute, das Auto. Das Auto. Das Auto. Oh mein Gott. Ey, was? Die können doch nicht einfach, dass er das später zeigen, Leute. Auch hier so eine riesen Badewanne. Was soll das bitte schon für eine riesen Badewanne sein? Wo soll die bitte schon hingehen, Leute? Hallo, Badewanne. Achso, das soll ein Pool sein. Aha. Und der Typ ist, glaube ich, leider... Was? Wo ist die Badewanne? Der LKW ist in das Haus rein. Was? Alter. Okay, guck mal jetzt hier. So ein bisschen rumschleifen da an dem Flügel. Kann das nicht sein, dass es dann abbricht oder sowas? Na, ist doch halt voll leicht zu sehen, dass es dann locker abbrechen wird, ne? Oh, oh. Oh, oh. Der Flügel. Der Flügel. Leute, der Flügel bricht ab. Der Flügel... Er bricht ab. Er bricht ab. Oh mein Gott. Die haben einfach einen kompletten Flügel. Hier, guck mal, so eine kleine Superjacht hat er jetzt hier gerade am Start. So eine Mini-Jacht. Guck mal. Lassen wir ganz sachte, ganz sutsche ins Wasser. Und sie kippt einfach kopfüber, Freunde. Sie kippt kopfüber ins Wasser. Alter, Mann. Was macht die denn jetzt hier gerade? Die steht einfach mitten auf der Straße, sagt sie, die rufst gerade die Polizei. Was soll denn das? Was macht die denn? Ey, jetzt haut die da die Scheibe kaputt. Ey, einfach auf Kamera. Ist die blöd? Ha! Die hat schon die Polizei gerufen, Freunde. Und jetzt kommt einfach die Polizei und er macht jetzt so einen kleinen... Was ist jetzt hier gerade passiert? Die ganze Toilette ist kaputt gegangen mit diesen kleinen Silvesterböller, ne? So, komm schon. Was hast du jetzt hier gerade am Start, Kollege? Anscheinend, äh... Nein. Nein. Was passiert da gerade? Der LKW fährt los, aber es ist... Oh mein Gott. Das ist doch noch gar nicht zu hinten. Das ist doch noch gar nicht zu... Ey, nein. Der fährt einfach weiter. Er checkt das gar nicht. Die lachen sich einfach nur tot. Nein. Also, ja. Ganz toll. Heute richtig schöne Überstunden. Ist das Ganze... Ist das Geld, Leute? Da wird Geld gerade von der Straße aufgehoben. Irgendwie ist da einfach Geld. Das ist so ein Geldtransporter, Freunde. Was? Die alle so, yay. Wir sind reich und komplett ganz viel Geld ist hier am Start. Von irgendwelchen Drogenbaronen wahrscheinlich. Ey, wie krass ist denn das, bitte schön? Ohne Spaß, Freunde. Was passiert hier bitte schon alles? Ey. Alter, Schwede. Und jetzt hier so ein Flugzeug. Nein, bitte nicht. Bitte tu es mir jetzt nicht an. Tu mir das nicht an, Freunde. Tu mir das nicht an, wie das Flugzeug jetzt hier locker runterfallen wird. Nein. Nicht dieses Flugzeug. Nicht wieder. Der Kran bricht ein. Und das komplette Flugzeug ist kaputt gegangen, Freunde. Alter. Ey. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welcher Clip von euch am heftigsten war. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der Merse möchtet. Checkt euch die beiden Videos hier aus. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao. Hallo. Ciao.